und nun sind wir wieder hier freunde oben wie gesagt im letzten part machen wir jetzt die paar neben questia neben mission da oben unerkundenes gebiet für mich war ich noch nicht begibt sich zum lager hier das lagerfeuer muss ich auch unterwegs holen bevor wir aber weitermachen guckt euch das an elf fertigkeits punkte pumpe wollte ich sagen fertigkeits punkte ich bin so bescheuert ich habe gar nicht nachgeschaut wer braucht schon punkte wenn man skill hat vor kurzem hatte ich nur noch ein punkte wie habe ich so schnell wieder elf gekriegt ein paar missionen hauptmission was durch den da rein ich kann mir alles leisten ich bin hier multimillionär lotto gegner lautlos ausschalten ok was ist hier wenn er balancieren auf dem seil mit balancieren schießen ducken ok schwer sichtbar machen ok scheiße was tun wir da unten rein was viel kostet ok das können wir ein tun ok das wollte ich rein tun schnelleres nachladen gebrauch von konzentration schneller also schießen in dings modus hier das ist das ok das nämlich ach so das kann ich nicht nehmen jetzt gut dann nehmen wir rohstoffe ich weiß nicht ich habe so viel sagen so viel geld und ja ok ja machen wir einfach das hier lautlos erledigen dass hier gehen und ich schon wieder habe ich meine ganze millionen verprasselt hier das ist das ja das ist das auch scheiße hätte ich noch einen punkt jetzt egal das nächste mal ich das ja so eine große ausweich rolle kann ich denn überhaupt überbrücken hier kein bock auf laufen hier kann man du siehst mich nicht du siehst mich nicht ich glaube ich kann jetzt fast alle überbrücken weil ich die eine quest letztes mal gehabt habe ich ja die nebenquests wieder mal mit der nebenquests schaltet möchte viele sachen frei hier und ich zeige euch auch gleich komm schon alter ist du mich verarschen hier ein steinchen da du hast du mich nicht gesehen ja dreh dich um das ist kein hohes gras hier hier nein du hast mich nicht gesehen wie denn scheiße ich leuchte zu viel im dunklen ich kann die nicht überbrücken aber das habe ich gemeint in den brutstätten den sperr weiter bearbeiten das habe ich gemeint das wollte ich euch eigentlich gerade zeigen bevor sich selber gesagt hat aber so schnell geht das mit meinem spiel hier mit meiner ausrüstung freunde das meinte ich damit inventar sperr schau das letzte mal habe ich den sigma und das ganze freigeschalten hier den psi oder psr oder was das ist sigma aber da fehlt mir noch roh des elf oder axi oder was auch immer das darstellen soll und z da da also da gibt es noch drei sachen allein beim sperr zu verbessern durch die nebenmission wahrscheinlich ich muss jeder lang ach kann man schaut euch den scheiß jetzt an mit der rüstung da da macht mir keinen schaden ich glaube wenn er bis morgen das habe schon mal gemacht in dem rüstungs test video hier der macht mir keinen schaden hier das ist so easy jetzt mit der rüstung schaut euch den schätzen schlagen channel als das so so wird das gemacht ja und kritischen sack in dein double herz hier ist so einfach Canadians ich bin es trotzdem genial egal ich muss darüber gehen wir eine runde schwimmen Ein Flieger oben im Himmel. Ist ja gar nicht so hoch. Zu hoch. So tief das Wasser. Ich wollte einen Köpfler machen. Ich habe mich schon gewundert, wieso ich auf dem Wasser laufen kann. Für was nehme ich überhaupt die scheiß Pflanzen hier auf? Ich brauche nichts. Hase. Es ist heute mein Glückstag hier. Gut, den hätte ich eh nicht rauchen. Was habe ich denn heute? Den einen hätte ich eh nicht reiten können. Da ich ihn eh nicht überbrücken konnte. Wie ihr gehört habt, muss ich ja irgendwas mit einer Brutstätte machen. Eine Quest-Mission. Noch mehr Gegner zu überbrücken. Achso, Brutstätte. Das habe ich auch schon mal gemacht. Das mit dem Überbrücken, den scheiß Kern hier in dem Raumschiff. Jetzt habe ich mich wieder daran erinnert. Wir sind bald am Ziel hier. Klettern. Ja. Come on. Never give up. Cliffhanger. Mann, wie hoch geht denn das noch? Immer so viel Klettern und so viel Laufen zu den Missionen. Es ist echt ein Wahnsinn. Eine viel Gelaufe, viel Gerede irgendwie. Teilweise regt mich das auf. Die Werkstatt muss also in der Nähe sein. Ja, die Werkstatt ist gleich da oben. Was ist jetzt los? Come on, springen. Geht schon. Boah, ich habe schon gedacht, ich stürze ab, Alter. Echt, das schaut immer so aus, als würde man da echt abstürzen. Das Aquí geht auch so aus. Aber geil. Noch einmal. Jawohl, Baby. So gefällt mir das hier. Noch mehr von soller Sorte, ja. Und weiter geht es. Wohin jetzt? Okay, da rüber. Und noch einmal komm schon Slow Motion. Nein, es war zu kurz. Was ist hier? Immer doch gerne. Okay. Boah, boah. Boah, leck mich doch. Also wenn das nicht knapp war. Ich hole mir noch Frostboilen. Ich hole mir hier Genickschmerzen, Alter. Von dem ganzen Hochschauen hier. Monitor von mir steht etwas erhöht hier. Ach komm schon, Mann, ey. Muss das sein hier. Muss das sein. Nach so einem harten Klettergang hier. Obwohl, du wärmst mich bei der ganzen Kälte. Come on. Zeig mir, was ihr könnt hier. Das ist zu einfach für mich. Zu einfach. Zu einfach. Gut. Ich muss so noch ein paar Viecher die grossen da erledigen, damit ich mir die anderen zwei Waffen kaufen kann. Die lilanen da. Die Schleuder will ich mir kaufen. Okay. Ich lege mich mit dem Typen da hin. Na. Auf dem Baller ich so ein Dings hier. Feuer. In die Lohe hier. Brenn, Motherfucker. Brenn. Brenn. Guckt euch die Scheisse an. Jetzt kriegst du so ein. Ich finde die Pfeile hier geil schnell. Brenn. Hehehe. Das ist so geil. Zeitlupe. Schau, jetzt lade ich viel schneller nach, seit ich das Ding gespielt habe hier. Und tschüss. Was bist denn du für einer? Komm her. Zeig deine Visage. Erwischt. Ich kriege es halt noch so. Und bin ich im Mut hier. Daneben, mein Kleiner. Daneben. Zack, aus die Maus. Weiter geht's hier. Bisschen Action. Kann nicht schaden. Oh, was ist das für einer Sturmvogel angelockt. Wenn ich das Gerät finde und zerstöre, sollte die Maschine verschwinden. Okay. Was hat er an Dings hier? Okay, das kann ich gar nicht. Okay, drei Sachen hier. Die Dings zerstören. Geht das mit Pfeilen? Habe ich das kaputt gemacht? Nein, natürlich nicht. Oh, der Schlag war geil. Ach so. Mein Fehler. Sorry. Wo ist das zweite Ding? Okay, da hinten beide. Der Typ wird mich wahrscheinlich hier jagen. Bis ich das Ding nicht hier erledigt habe. Das will ich jetzt noch einmal probieren. Okay. Scheiß Piepserei hier. Ich weiß nicht, ob ich den töten soll. Ob ich mich mit den anlegen soll, Freunde. Aber nachdem ich die Scheiße hier ausgemacht habe, geht's an den grossen Geier hier. Jetzt geht's dir an den krank, Baby. Ich will sehen, was du drauf hast hier. So. Was sind deine Schwächen? Komm schon. Komm ein bisschen runter. Okay, der hat keine Schwächen. Anscheinend. Außer die Dinger hier. Ein paar Feuerdinger schaden nicht. Behörden. So, jetzt probieren wir den Pfeil hier aus. Komm her, mein guter. Das scheint mich nicht zu beeindrucken, mein Freund hier. Aber die Scheiße von dir beeindruckt mich auch nicht. Okay. Nein, ich gehe nicht weg. Ich bleibe schon bei dir, mein Freund. Keine Angst. Wir spielen hier weiter. Was ist hier los? Ich brauche bessere Übersicht hier. Ich hole dich, Mann. Ich hole dich. Auch wenn es das... Komm rum. Mann, der steht immer so beschissen über mir. Was soll die Kacke? Geh halt ein bisschen weg, Alter. Damit ich dich sehe hier. Komm her, deine Lohe will ich hier. Verzerrt, Alter. Oh, da ist das Maschinenherz hier. Du willst dich mit mir irgendeinem Nachkampf anlegen? Komm her, Motherfucker, Alter. Komm runter, du haust mir nicht ab hier. Boah. Mann, hey. Aber die Flasche habe ich jetzt getroffen. Einmal. Hey, der ist so scheiße, hey. Der kommt immer so nah. Na dann komm, lass uns tanzen, Baby. Komm her. Hast dir wohl nicht gedacht, dass ich diese Rüstung habe, ha? Nein, dann heben, hey. Boah, der hebt was aus, hey. Da hat kaum was verloren, der Motherfucker. Aber ich gebe nicht auf, Bruder. Hey, ich gebe niemals auf. Bis ich dich nicht habe. Ich will sehen, was der für mich hat als Geschenk hier. Der muss was Gutes haben, hey. Bei dem Ding, was da rausseht, hey. Boah. Der verliert ja fast keine Energie hier, hey. Scheiß Flaschen trifft Schau fast nicht hier. Komm her, Nachkampf. Lass uns ein bisschen Walzer machen hier. Komm her. Hahaha. Wer ist hier der King, Motherfucker, ha? Kleine Scheißer, du. Jetzt kriegst du noch Feuer vor mir. Was ist da? Hat er Angst, oder was? Ich dachte, er hat aufgegeben. Ich dachte, er ist verschwunden. Meine Feuerpfeile hauen nicht so weit, hey. Jetzt habe ich ihn einmal getroffen. Ach, komm schon, hey. Komm runter. Boah, ey. Der Hund ist schnell, hey. Diese Munition herstellen. Ich gebe niemals auf. Jetzt weiss ich, was ich mit ihm mache. Jetzt kriegt er den Feuer-Dings-Pumpster, weil der kommt immer runter. So, eins. Komm näher. Komm näher. Stell die Fallen einfach hier auf, so. Ach, komm schon. Der eine Falle hat ihn schon erwischt. Weil die Falle macht echt so viel Schaden, wie er gemerkt hat. Schau. Ach, du Arsch. Ach, komm schon. Bleib doch einfach stehen, bitte. Hey, wieso geht das nicht, ey? Was soll ich scheiße? Ja, komm, komm. Bam, bam, Alter. Hat es dich erwischt, ja? Jetzt kriegst du noch so eine. Habt ihr gesehen, was ich mit dem mache? Komm runter. Ach, scheiße. Elektro hier. Elektroshocker. Motherfucker. Ich werde nicht aufgehen, bis du nicht tot bist, ey. Auch wenn es das Letzte ist, was ich heute tun werde. Ein paar Schocker hier. Jetzt komm zu mir, greif mich an hier. Da bin ich. Komm her. Haha. Da hatte ich keine Lust, glaube ich. Komm, zeig deine Visage. Hast wohl keine Kraft mehr, Motherfucker, hä? Was tut denn der, hä? Keine Munition. Das ändern wir gleich. Boah, hey, der geht so hoch, immer direkt über meinen Kopf, dass ich ihn nicht so sehen kann, ey. Er geht mir so auf den Sack. Haha, in die Falle rein, ja, mein Freund. Komm her. Jetzt hat die die Falle erwischt, die Arschrege. Oh, das hat dich nicht beeindruckt hier. Ich krieg dich. Ich bring dich um, Alter. Bin hier mal echt gespannt, was der für mich hat hier. Wahrscheinlich nur Scheisse. Da ist wahrscheinlich gar nicht zum Töten hier gedacht. Schau mal, was der raushebt alles hier. Die Scheiss Flaschen triffst du auch nicht, weil er so schnell ist. Guckt euch den Scheiss an, ey. Nein. Jetzt habe ich sie erwischt. 300 Schaden. Scheisse. Aber er ist gleich tot. Er ist gleich tot, Freunde. Ich habe ihn gleich. Einfach jetzt draufballern, was geht. Ich habe ihn. Ich habe den Bösewicht. Okay. Jetzt bin ich mal gespannt. Oh. Oh. 34%. Schaden, Baby. Jawohl. Allein durch das. 34% Schaden. Mehr Schaden. Allein das hat sich gelohnt. Für diesen langen Fight hier. Bäm, Alter. Da suche die Werkstatt. Da ist was. Ach. Leck mich doch. Er nimmt Nebenmission, ey. Der Wahl steckt dahinten. Jetzt erstatte ich den Scheuerfelds Bericht. Der Wahl steckt dahinter. Der Bösewicht hier von dem Sonnendingspumpus hier. König, glaube ich. Der Klappenträger auf der Stirn, glaube ich. Das. Wo ich Pirat nenne. Jetzt können wir da hin. Also, Freunde. Wenn das nicht ein Fight war, ey. Was der ausgehalten hatte. Der Geier hier. Haar Gott. Immer über meinen Kopf, so dass ich ihn nie richtig im Visier hatte. Und so schnell, ey. Rechts, links, rechts, links. So viel Fallen hat er gefressen und feile. Es ist ja Wahnsinn, ey. Wird es weitere Angriffe geben? Aber die Nebenmissionen, wie schon hundertmal jetzt erwähnt, ey. Die finde ich richtig geil, ey. Das sind richtig geile Missionen, ey. Nicht so wie die Hauptquests da, wo man fünf Stunden, was weiss ich was, laufen und reden muss, ey. Jetzt mit dem Typen hier labern. Ich schalte das, oder was? Nein. So, da hoch muss ich wieder. Okay, sag, was du zu sagen hast. Ich habe einen weiteren dieser Köder gefunden und vernichtet. Das Problem sollte gelöst sein. Feuer und Spucke. Das hätte ich nicht gedacht. Und wenn es davon noch mehr gibt? Die Werkstatt, wo ich ihn fand, ist verlassen. Ihr seid sicher. Gut. Meine Truppe und mein Bruder hätten in die Hände gespuckt und sie dir gereicht. Im Namen von Scheuerfels und meiner Familie vielen Dank. Gerne geschehen. Gerne geschehen. Nebenmission beendet. Schatzkiste 6200 Punkte. Na ja, kann sich sehen lassen, ja. So, Freunde, wo war ich noch nicht hier? Ich will schon mal das ganze Gebiet hier erkunden. Was haben wir hier? Gar nichts. Schau mal an. Noch so viel Karte offen. Auf alte Freundschaft. Okay, wenn ich da hingehe. Quest auf alte Freundschaft. Neben. Aufträge. Mann, schau dir das an. Neben Quest noch drei offen. Viele gar nicht angenommen. Aufträge. Guckt euch die Scheisse hier an. Was noch zu erledigen ist. Langhälse hier. Die Jagdgebiete. Verdorbene Zonen. Wo ist die verdorbene Zone? 580 Fuß. Das könnten wir noch gleich erledigen in diesem Part, Freunde. Stufe 32. Bisschen höhere Gegner hier kitzeln. Ich bin schon Level 36. Ist ja Wahnsinn. Und ich habe die Hälfte erst gemacht, glaube ich. Also zum Spiel. Über das Spiel kann man nicht meckern. Hier kann man echt eine Menge tun. Ist aber richtig geil so. Nicht nach 15 Missionen hier Ende Gelände, sondern Open World, Freunde. Open World. Bin mal gespannt, ob sie mit der Zeit Updates reinbringen oder irgendwas. Weil Open World normal sollte es echt viele Missionen hier geben. 400 Füße. Gibt es hier kein Reittier, wenn man eins braucht hier. Kann ich mich irgendwo hinboten hier. Ich bin so bescheuert. Wir sehen uns gleich. Ich bin so bescheuert. Hätte ich zuerst auf die Karte schauen sollen und dann mich hier herboten. Was erwartet uns hier, Freunde? Was erwartet uns hier? Oh mein Gott. Wieder neue Gegner. Noch nie gesehen. Was ist das für ein Trümmeralter? Und die Scheisse soll ich hier räumen? Das Gebiet Stufe 32. Leck mich am Arsch hier. Mami. Ich weiss nicht, ob ich das tun soll. Ich weiss nicht, wie die drauf sind hier. Sonst haben wir hier keine Gegner außer den Typen hier. Schwäche. Okay. Steht der gleiche da hinten. Okay. Ziel markiert hier. Was tun wir zuerst rein hier? Feuer tut ihm nichts. Ich glaube eher. Diese Pfeile tun ihm was. Diese eher nicht, glaube ich. Oder doch? Okay. Probieren wir es einfach mit dem Pfeil hier zuerst aus hier. Hat er was ihm angetan? Wo ist der hin? Wo ist der hin? Was ist das für ein... Boah! Fuck! Okay. Mit dem Gegner werden wir Spass haben hier. Ja, jetzt kommt der zweite. Come on, Alter. Ich bin extra da geblieben, dass der da zu mir kommt. Was passiert? Dass sein Bruder kommt. Oh Mann, der verträgt aber gut Pfeile hier. Was ist der hier? Wieso kriegt der den ganzen Schaden ab, ey? Von der Suppe hier. Ja, scheiße. Die ist überall am Boden hier. Hier, Schwachstelle. Okay. Deine Lohe habe ich erwischt, mein Freund. Was? Keine Munition, Alter. Ich habe doch gerade vorhin 15 Schuss... Habe ich alles verballert. Ist der tot? Der ist tot. Den habe ich richtig erwischt, den Ding. In seinem Beutel hier. In genau den. Schwachstelle, mein Freund. Schwachstelle. Motherfucker, Schwachstelle. Jawohl. Bastard, Alter. Okay, das ging eh. Das ging eh. Das ging eh. Neuer Gegner. Erstes Mal. Geile Sachen wieder dabei. Was hat der zweite für mich? Stufe 37 gereicht. Bam, motherfucker. Bam. 37 Schadenspule. Das ist so geil. Okay, Freunde. Zone gereinigt. Das Ding geklirrt. Ich laufe mal einfach hier durch. Da war ich noch nie. Ich setze einfach hier Wegpunkt und laufe durch die Wolken. Aber, bevor ich da weitergehe. Was wollte ich jetzt eigentlich machen? Verdammte Hacke. Die haben mich so durch... Achso, jetzt weiss ich es wieder. Hier, Inventar. Herstellen. Modifizieren. Was kann man da rein tun? Feuer und Abriss. Okay, das habe ich beim normalen Bogen. Wegen dem Feuerpfeilen. Feuer und Schaden. Okay, den Scheiß kann ich ersetzen, Alter. Allein durch. Ja, Schaden würde ich sagen. So machen wir das. Da habe ich noch einmal Feuer und Schock. Zweimal Feuer. Was kann ich da rein tun? Noch einmal Schaden. Oder doch auf Feuer lassen. Ich weiss nicht. Oder Abriss. Ich weiss nicht. Abriss und Schock. Ja, Abriss und Schock. So, ein bisschen alles aufteilen hier. Und auf den Schatten Scharfschussbogen hier. Schaden, Handhabung. Schaden, Abriss. Feuer. Machen wir so. Und... Okay, Schaden, 20%. Ja, Handhabung und Feuer machen wir so. Wo habe ich den Wegpunkt gesetzt? Da, wo ich noch nie war. Wieso gibt es hier kein Dings? Reittier. Reittier. Genau das. Aber nicht den kleinen Hasen da vorne, sondern schon so ein Tierchen. Hier habe ich Steine überhaupt? Ja. Schaffe ich den, ohne dass er mich bemerkt? Kann ich den überhaupt sehen? Aber die kann ich gar nicht reiten. Die können mir helfen im Kampf, aber sie kann ich... Die kann ich nicht reiten, glaube ich. Ich glaube es nicht. Kann ich den reiten? Nein, aber der Kollege hilft mir. Das demonstrieren wir euch gleich, Freunde. So. Gerufen. Boah, jetzt mache ich aber anderes Schaden hier. Schau, jetzt hilft er mir, mein Freund hier. Guckt euch das an. Los, Boki. Gegen zwei, das schaffst du. Ich finde das ein bisschen unfair. Du wirst außer Gefecht gesetzt, mein Freund. Und jetzt... Okay, wieder zwei Gegner. Du. Geuner. Okay. Spulen. Ah, Spulen. Hier Pfeile herstellen. Was ist denn heute mit mir, mit meinem Versprecher hier? Eigentlich verspreche ich mich fast immer, aber heute ist es extrem, hey. Okay. Okay. Töten hier. Aufsammeln brauche ich nichts. Ich bin Multimillionär. Den Gegner kenne ich auch nicht, Freunde. Das meine ich damit, hey. Verdammte Hacke. Leopard, Tiger, was auch immer hier. Mit dir lege ich mich auch noch an, Motherfucker. Ich bin der Killer hier. Ich bin der Killer hier. Die Scheiße kannst du sonst wohin stecken, man. Das zieht bei mir nicht. Du kannst ballern, wie viel du willst jetzt auf mich hier. Du kriegst von mir drei schöne Fallen. In die du reinlaufen wirst. Oh mein Gott. War ja sowas von beschissen, klar. Come on, jetzt muss ich alle down machen hier schnell. Zack. Einerledigt. Jetzt zum Zweiten hier. Independent Day. Independent Gamer. Komm her. Kredisch. Was will der Kleine, hey? Ich verarsche von hier. Zack. Mann. Ich bin einfach geil, hey. Ich bin einfach geil. Und meine Rüstung ist wieder... Totalschaden hier. Wer braucht schon Rüstung, Mann? Oh nein, das tut weh. Das tut weh. Boah. Die Scheisssuppe von denen hier. war der Kleine Zipfel da hinten, der Zipfelklatscher hier. Blendet mir mit seinem Scheissding hier. Oh nein. Hey, wie viele sind denn auch noch? Ich bin hier. Ich bin hier in den Hals. Ich bin hier in den Hals, mein Freund. Dann gerannt hier. Stirb. Du kleiner Arsch hier. Komm her. So, jetzt habe ich dich. Jetzt zu dir. Angeschlagenes Bist. Jetzt bist du dran, mein Freund. Zack. Gute Nacht. Noch ein kleiner. Hey Mann, da ist Action. Hier ist Action. Gut, Freunde. So. Kommt noch die ganze Welt her. War es das? Hier, legt euch nicht mit mir an hier. Da könnt ihr nur verlieren. Mann, Alter. Das waren jetzt aber ein paar Feizei. Wegpunkt gesetzt. Was lernen wir hier noch unterwegs kennen an Viechern, Kreaturen? Geil. Was? Schaut euch den Scheiß an. Da sind Kisten. Wo bin ich auf der Karte? Hier. Mittig. Da sind Kisten. Guck euch den Scheiß an. So Karawanending wahrscheinlich, so überfallenes Zeug hier. Geil. Alles Klauen hier. Das versteckte Zeug hier, aber alles nur Müll. Alles nur Müll. Ach, dich blindere ich nicht. Ich sehe schon, hey. 34 Minuten lauft der Part schon. Ein bisschen hier. Gebiet erkunden, hey. Da sind sie ja auch noch Missionen irgendwo versteckt, wo ich noch nicht war. 100 Pro, hey. Wo sind wir hier, hey? Das Wetter, hey. Hinter Wüste, da schneit's. Trockenheit und... Was weiss ich, was hier. Und Regen, hey. Alles Gleichzeitige. Come on. Wo muss ich hin, Alter? Da unten hin, sterbe ich, wenn ich da runterfalle. Weil da unten war ich noch nicht. Okay, ich probiere es einfach. Äh, ich weiss nicht. Versuchen wir uns eine niedrigere Stelle hier auf diesem Stein zum Beispiel hier. Genau. Haha. Haha. Okay, da vorne das Lagerfeuer aktivieren hier. Die Krokis, die kennen wir. Die ignoriere ich. Okay, das ist eine grössere Herausgabe von denen. Was ist das für ein Viecher? Okay, das ist auch so ein Dingspunkt hier. Okay, komm her, Kroki. Komm her. Lass uns noch spielen. Mit dir spiele ich noch. Und dann war's das hier. Das hat er sicher gespürt. Das hat er wahrscheinlich gespürt. Jetzt kommt der Geier auch noch hin. Ist ja kein Wunder bei dem Lärm, den ich hier veranstalte, hey. Wir sind ja nicht auf dem Rockkonzert hier. Aber fast. Weil ich brauche die Herzen und der ganze Scheiß von den Viechern da. Wegen den Waffen, den Lillanen, dass ich die kaufen kann. Wem schlagst du überhaupt, Alter, hier? Wem gehst du hier zum Nerven, Mann? Ich schicke dich ins Maschinenreich, mein Freund, hier. Tschüss. Jetzt zu dir, Kroki. Da ist ja noch einer hinten, oder was? Come on, Alter. Wenn, dann greifen mich hier alle an. Da scheint die nicht zu beeindrucken, aber independenste. Jetzt kannst du ein bisschen brennen, mein Freund, hier. Komm her. Ja, genau so mag ich dich. Genau. Da hinten ist Wasser. Ich spring halt rein und lösche dich, Alter. Aber so weit kommst du gar nicht, Motherfucker. Kroki. So weit kommst du gar nicht, dass du ins Wasser gehst, hier. Ich lösche dich. Ich lösche dich. Aber nicht mit Wasser, sondern mit dem Speer aus. So. Weiter geht es. Weiter geht es. Und immer frisch und munter, hier. Auf Killertrieb. Erkundungstrieb, Killertrieb, was auch immer hier. Ein bisschen Schwimmen, ein bisschen Abkühlung hier. Von der ganzen Anstrengung. Da vorne ist das Lagerfeuer. Jetzt können wir was braten, hier grillen. Und so, mit Freunde, verabschiede ich mich von diesem Part. Danke fürs Zuschauen. Hoffe, es hat dir ein bisschen Spass gemacht. Ich hoffe, ich konnte dich unterhalten. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Da machen wir einfach mit der... Zum Sonnenpalast. Das ist die Hauptquest hier. Das will ich nicht. Noch nicht. Was weiss ich was. Irgendeine Nebenquest wieder. Ich finde die richtig geil. Richtig interessant gestalten. Zum Beispiel die hier. Waffen der Loge. Vielleicht. Oder irgendwas anderes. Eine Menge Zeug. Hier zu tun. Dieses Lagerfeuer habe ich auch noch nicht. Da ist eine Quest. Zuflucht. Also. Ein paar Quest sind da noch Freunde. Bevor es geht. Bevor es geht. Bevor es weiter geht mit der Hauptquest. Wollte ich sagen. Schaltet wieder ein. Wenn es heisst. Krokis. Geier. Was auch immer. Würmer. Killen. Und. Tschüss. line Element Susan. Das ist her. Das ist her. Das ist her. Die Hand. Vielen Dank.